Ziehe einen Spieler mit einem Harpunierer in die Lava, ich werde euch jetzt mal mit dieser Aufgabe helfen und zeigen, was ihr nämlich ganz genau braucht, um diese Aufgabe zu lösen. Aber wie gewohnt, das Schott hier liken und ganz ganz wichtig, YouTube-Kanal gerne gerne abonnieren, falls euch das Ganze weitergeholfen hat. Und zwar braucht ihr ganz genau dieses Item, Harpunierer. Hieß es nicht immer Harpune? Naja, ist hier auch relativ egal. Das Item könnt ihr aus Truhen finden, was ich aber schon richtig richtig selten finde. Also ich habe jetzt locker 30 Truhen geöffnet oder 40 und da kamen die jetzt das erste Mal von hier raus. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass so in der Nähe von Wasser das Ganze am meisten spawnen. Ich hatte auch vorhin das Glück, dass ich einfach hier am Steg eine rumliegen hatte. Hier sollten sie eigentlich auch rauskommen, aber man braucht sehr viel Glück. Das Einzige, was ihr jetzt schnell tun müsst, ist, ihr habt nämlich nur 10 Versuche Zeit, denn danach ist die Harpune weg. Ihr müsst einen Spieler in die Lava ziehen. Nehmen wir mal an, ihr seid gerade hier am Fighten. So, und da hinten ist ein Gegner, ihr zieht ihn. Er landet in der Lava, bam, Aufgabe erledigt.